Um Paprika einzufrieren, spüle sie unter kaltem Wasser ab und schneide sie in Streifen oder Würfel. Lege ein Backblech mit Backpapier aus, damit das Gemüse nicht festklebt. Verteile die Paprikas auf dem Papier und gib dann das Blech eine Stunde lang in den Gefrierschrank. Wenn die Paprikas gefroren sind, gib sie in den Gefrierbeutel, drücke die gesamte Luft hinaus und verschließe sie. Beschrifte die Beutel mit dem aktuellen Datum und lagere sie bis zu 8 Monate lang im Gefrierfach.